. 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 Ja, da hat er gestaunt. Da hat er gestaunt. Hat mich zwar auch erwischt, aber... Mein Gott, das hat er nicht bekommen. Ja, da hat er nicht bekommen. Ja, da hat er nicht bekommen. Aber für die beiden? Weiß der Punkt, der Zeitvertrag. Na ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Ja, aber es lohnt sich. Nicht so viel. Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020